Wo ich dann halt geweiht habe, solange man jetzt nicht eine 14-Jährige und ein 57-Jähriger und sich damit das strafbar macht, ist das Alter an sich egal. Das war jetzt meine Ansicht. Wie gesagt, das wäre jetzt nicht auch so meins, aber... Was ist denn, Masuna? Was denn? Es gibt kein Aydaria aus. Spiel lieber. Lass mich doch auch meine Freunden des Lebens genießen, Masuna. Gleich müssen wir alle unser Profil hier posten. Ich mache auf dem Discord einfach eine Single-Börse für euch aus. Da könnte der Abbattersuche gehen. Die ist was kann ich mir. Oh Mann. Boah, keine Witz-Jugend. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Bitte, Restposten Halloween-Abteilung. Ist einer der Mutz-Tochter? Kann das bei einem wachen? Ah, schön. Luna, bist du noch da? Kannst du im Discord mal sowas aufmachen? Ah, scheiße. Ah, schön. Schön. Ansonsten erinnert mich mir bitte nach dem Stream dran, dann mach ich das mal. Oh Gott, und alle anderen, die mich im Stream dabei waren, denken sie nur, oh Gott, was geht denn da jetzt schon wieder ab? Was hat die älte jetzt schon wieder vor? Ah. Ah. Ähm. Ähm. Was tust du vor meinem Haus? Ich bin ganz nervig damit, Zegel zu sein. Hab's auch schon genug Stress. Da bräuch ich keinen Mann oder Frau noch dazu. Es kommt darauf an. Mann oder Frau kann auch Stress nehmen. Ich mach schon Druck im DC. Wie gesagt, wenn, wenn einer der, also ich glaub halbmütig ist so nicht da. Und wenn Luna da ist, könnte sie sowas machen. Ah. Ich bin happy vergeben zu sein. Das ist mein Ruhefohl. Ja, Dito. Dito. Also ja, klar, es kommt doch manchmal Stress. Aber es kommt doch mal zu einer Beziehung dazu. Aber es nimmt auch viel Stress und auch sehr, sehr viel Druck. Aber Alu, warum würdest du meinen Frust abbauen? Was ist denn los? Ist was vorgefallen? Es gibt mehr als es nimmt. Eben. Zumindest wenn es die richtige Beziehung ist. Es gibt natürlich auch, äh, toxische Beziehungen. Da, äh, nimmt es mehr als es gibt. Aber, äh, das hoffen wir mal nicht, ne? Nein, die vergessen es jedes Mal. Wo kennt man? Ich bin Futterjaggen. Uh, was jagst du dir denn? Was jagst du dir denn? Ich weiß noch gar nicht, was ich essen will. Ich weiß noch gar nicht, was ich Frust saubern lasse. Ich hab doch gar keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht mal, ob er schon unterwegs ist. Ich bin einfach in einer freundschaftlichen Beziehung mit meiner St. Carstens Freundin. Warum nicht? Reicht oft auch. Denk dran, wenn ich die Bude ausräume. Ich glaub, die Bude ist bereits leer. Ich kann ja noch mal reingucken, ob da mittlerweile wieder was drin ist. Aber ich glaube, die Bude ist mittlerweile leer. Ich war jetzt am Überlegen, ob wir das Dorf allgemein mal ein bisschen umbauen. Äh, äh, die ist geghostet von diesen Untermenschen auf die Nüsse. Oh, verständlich. Verständlich. Das fühl ich mit dir. Nein, ich habe das schon wieder. Wie gesagt, ich hab mir heute auch extra gedacht, eigentlich wollte ich ja Life is Strange spielen. Aber tatsächlich ist sie mir heute nicht nach Life is Strange. Also, so gar nicht, gar nicht. Deswegen dachte ich, äh, so passend, um ein bisschen Just Chatting mit euch zu betreiben. Und den Abend etwas dann spannend angehen zu lassen. Dann spielen wir einfach direkt komplett Disney durch. Also nicht durch spielen das Spiel, sondern durch halt den, den Abend jetzt. Welches Eichhörnchen war das jetzt? Weiß es nicht. Nächste Woche müssen wir auf jeden Fall einmal vormittags, beziehungsweise morgens spielen. Ich will diesen Scheißviecher haben, die nur vormittags da sind. Ich könnte auch die Zeit vorspulen, aber das will ich nicht. Ich bin zu geizig. Ich will das so hinkriegen. Ich will das ohne vorspulen schaffen. Nein, das will ich nicht. Nein, das will ich nicht. So. Also, spielst du denn den alten Schar auf? Also in den FF14? Oder den neuen. Also wenn man will nett sein, jemanden kennenlernen, vielleicht was spielen, sich gut verstehen. Das ist, äh, wenn man fliegt ohne Grund direkt wieder von der FF. Ach ja. Das kenne ich. Kenne ich zu Genüge. Das ist, äh, immer wieder schön. Immer, immer, immer wieder schön. Nicht. Den höre ich nicht an. Ja. Ja, hätte ja sein können. Das hätte ich dir auch nicht übel genommen. Hatte ich jetzt beide? Ich glaube, ja. Ja, ich hatte beide. Sammlung. Kleintiere. 5 von 7, äh, 5 von 41 haben wir mittlerweile. Ich muss mal FF starten. Und da, du bist, äh, bei FF vergleiten, wenn ich ihn da finde. Ja. Ja, ich spiel heute mal keine FF wahrscheinlich. Wir versinken, denke ich mal einfach in... Okay, heute nicht da. Äh, einfach in... Disney. Und... Ja. Den ganzen Tag. Heute ist das weiße Kaninchen da. Das ist viel bei VW. Ja, mein Abo ist jetzt ausgelaufen, tatsächlich. Da ist nichts mehr mit... Da ist nichts mehr mit VW erstmal. Da muss ich erstmal gucken, dass ich wieder Geld rankriege. Brauche ich jetzt mehr Geld. Money, money. Keine genug aus der Indie spielen können. So sind die Menschen. Wofür bin ich überhaupt noch in der Gesellschaft? Ja, die Frage stehe ich mir auch häufiger auch. Ich hab's eigentlich schon aufgegeben, nur weil die Menschen kennenzulernen. Die meisten lerne ich tatsächlich einfach durch den Stream kennen. Und ich bin immer wieder dankbar über die Leute, die tatsächlich auch im Stream hängenbleiben. Und mit denen man dann... Ja, Quatsch und kann. Tatsächlich. Schenke Wall-E seine Lieblingsgeschenke. Hm, Ernst Salat. Ja, das schaff ich nicht. Oh, du Paser ab. Hm. Äh, ja, weil ich bei dem einen mein Passwort dich wieder gefunden habe. Ich hab meine Zugangsdaten nicht mehr. Und ich hab einfach nichts gefunden. Also, beziehungsweise konnte ich das niemals zurücksetzen. Das hab ich mir einen neuen erstellt. Ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen. Weil ich ja ein neues Handy gekriegt hatte. Und dann hatte ich mir die App nicht installiert. Dann hab ich's vergessen und ich hab's nicht aufgeschrieben. Äh, das war ein bisschen... Ja, ich und Passwörter merken. Beziehungsweise E-Mail hat die auch schon falsch. WoW-Abo ist ausgelaufen bei WoW-Abo und ich will den stark... Was ich jetzt erneuere. Äh, äh, ich, ich... Ich will's erneuern, aber ja. Jetzt die Frage, reihe ich zurück. Äh, nach Leidung oder bleib' ich auf Chaos? Das musst du wissen, Kitty. Ich spiel erst, ähm... Sonntag wieder. Dann stecken wir so viel Energie mehr jetzt schon mal. Wird 95% im Entorstuhl verarscht. Jopp. Jopp. Man lernt meistens die falschen Menschen kennen. Leider. Oder stellt sich erst hinterher heraus, dass die Menschen falsch sind. Sei es nach wenigen Tagen. Oder sei es nach einem halben Jahr. Sei es nach ein, zwei Jahren. Irgendwann stellt sich das meistens raus. Die wenigsten Menschen bleiben. Leider. So traurig, wie es ist. Dafür sind die die bleibend, dann wählt es die richtigen. Einmal unter sieben Jahren. So einmal durch. Hm. Ja, das letzte war jetzt nach elf Jahren. Bei mir. Elfjährige Freundschaft und... Hat dann halt auch durch die Streams nicht mehr gepasst. Mein Mädchen verschieben. Meiner auch eigentlich. Bei ihm ja... Ach, scheiße. Gerade bei... Gerade bei Beziehungen ist das ätzend. Wir können eigentlich immer nur hoffen, dass es... ...dass es gut läuft. Ich bin tatsächlich schon froh, dass wir beide acht Jahre haben. Frischus und ich. Wir sind ja bald acht Jahre zusammen. Wir hatten im Juni unser siebenjähriges. Aber uns auch erst mal schräg zu sieben Jahre, ey. Ist auch nicht wenig. Zumindest in der Rating-Gesellschaft. Ich habe mir fast fünfzehn Jahre vor. Und dann ist... ...Irgo Mane geworden. Und heute ist es nur noch auf das, was man hat. Und nicht mehr auf den Menschen. Ah, ja. Das... Das ist ja ganz nett. Das ist die Art, Mensch, die ich ja ganz gern habe. Nicht. Das wird mir jetzt... ...zurell einschneiden. Ja, aber manchmal müssen auch ein paar Deep-Talks sein. Manchmal muss man auch ein bisschen... ...darüber reden. Es ist halt leider nicht alles Fried und Frohe da, Jakob. Wir können gerne das Thema wechseln. Ihr könnt mir ja gerne berichten, was ihr heute alles... ...entweder gegessen habt oder noch vorhabt zu essen. Essen ist immer ein gutes Ablenkungsmanöp. Denn ich weiß doch nicht, was ich essen will. Hm. Oh, ist ein kleiner Zitternreger. Oder so. Wenn ihr versteht, was ich beide. Ich weiß doch nicht, was ihr umändern will. Ich brauch da so viel noch für, glaub ich. Ich bin ganz nah, das ist eigentlich nicht gut. Ja. Wie gesagt, manchmal muss es auch mal sein, dass man... ...über sowas redet. Aber... Ihr sollt natürlich nicht das Ganze... ...jetzt Dreamer nehmen. Was macht ihr so das Lagen weh? Wir haben... Achso, ja stimmt, ist ja langes Wochenende. Haha. Frischuss hat die Arschkarte. Frischuss hat kein langes Wochenende. Hm. Entschuldigung. Das ist doch jetzt auch nicht nett. Na gut, ich hab auch kein langes Wochenende. Ich hab keinen Bock zu kochen. Heute bei mir gibt es TK-Pizza. Auch nicht schlecht. Hätte ich sogar noch eine. Aber da hab ich Angst, dass Frischuss mir wieder die Hälfte von weg ist. Deswegen will ich keine TK-Pizza gerade essen. Okay, was ist das für ein Bild? Weiß es nicht. So, ich möchte auf jeden Fall irgendwo... Vielleicht machen wir das hier hin. Warte mal. Ich will nämlich mal ein bisschen dekorieren. Weiß nicht, wie viel wir heute schaffen. Im Allgemeinen. Oh, der kann ich... Die kann ich sogar auch wegstellen. Ja, geil. Ich kann einfach alles wegstellen. Nice. Wie, da bestell ich was, oder ich koche. Bestellen tue ich erst nächste Woche. Wenn Frischuss nicht da ist. Den noch keinen stellen in den DC. Ja, dann ist Luna leider gerade nicht da. Ja, das Problem ist, ich kann das leider nicht währenddessen erstellen. Ich kann halt leider nicht Rost haben. Bei mir immer ein bisschen... Ehh. Manchmal ist man leider auf Bots angewiesen. Ich glaube, das könnte ich hier auch anders regeln. Aber ich möchte hier tatsächlich ein richtig großes Feld haben. Wie? Nein. 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 Ich bin gerade bei Stufe 8. Ja. Stufe 8. Das war doch Zeiten. Also das allererste Mal Stufe 8, meine ich. Nein. 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 Ich möchte ziehen. Danke. So. Das mache ich lieber so. Mal sehen, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich weiß es noch nicht. Weißt du, Zeit sieht es nach nichts aus. So. Sandgast oder Pool hin. Sand kann ich glaube ich hinpacken. Aber ich will da meine Gartendeckchen packen. Also für Obst und Gemüse und sowas. Wege. Felsen. Spalier. Okay. Okay. Um. Okay. Ich brauche auf jeden Fall, dass ich mehr spariere. Sparierebogen. Und dann kommt es da hin. Und dann geht das Ganze hier noch so ein bisschen runter. Dann kommt es da hin. Weil... Ich muss auf jeden Fall mehr spariere erstellen. Das ist für die Frage, was man dafür braucht. So. Schau, nur noch mal. Spariere. Okay, ich habe auf jeden Fall nicht genug dafür. Entspaniert kann ich erst. Nett. Brauche ich denn dafür? Weichholz brauche ich noch mehr. Ein rosa Farbe und einen Bartfaden. Also, mir sammeln gehen. Die Frage ist, woher hat man nochmal den Bartfaden bekommen? Sammeln. Weißer und rosafarbener Bartfaden. Ist das der? Ja. Isa. Okay. Das brauche ich aber einmal. Wir müssen mich ja noch ganz viel herstellen. Ich bin übrigens immer noch am überlegen, ob was ich esse. Ich habe keine Ahnung. Nein, mein Inventar ist voll. Nein, mein Inventar ist voll. Also, er braucht ja nichts. Ich brauche nichts mehr. Vajana. Aha. Tropisches, tropische Limo. Basilikum. Stachelbeeren. Stachelbeeren. Gucke. Nille. Achso, er braucht nichts. Oder Bartfaden. Habe ich tatsächlich mit. Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Äh, habe ich noch irgendwas? Ne. So. Hier können wir mal gucken, was es Neues gibt. Die können wieder shoppen gehen. Oh. 25.000. Sein gegrüßt, Nachbar. Hey, hast du eine Minute zahlen? Mhm. 25.000. 2.000. Bärenschuld, ich nehme ja auch mal mit. Sein gegrüßt, Nachbar. Sehr gegrüßt und herzlich willkommen. Ja, ja. Schön. Hier. Eisenbarren. Egal. Richter. Aber die Frage ist, ob man später tatsächlich sowas wie ein Pool bauen könnte. Oh mein Gott, habe ich... Sind das... Oh mein Gott, mach weg. Oh mein Gott. Ich habe sie. Ich habe Flügel. Mein Traum ist wahr geworden. Ich bin die glücklichste Frau des Planeten, wenn die Fliege vor meinem Auge verschwindet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dazu passt es halt leider nicht. Ich habe leider keine roten, äh, 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 Dingens hochhackigen Schuhe. Also ich habe die hier, aber die sind... Ne? Das passt das eher dazu. Weil ich so einen Mann haben. Egal. Okay, machen wir mal so. Ich könnte halt auch das hier. Das ist halt das Outfit, was dazu gehört. Gefällt mir halt nur nicht. Das Outfit. Warte mal. Kann ich? Ach, schade. Ich kann keine Schuhe antassen. Kann leider keine Schuhe antassen. Kann leider keine Schuhe antassen. Kann leider keine Schuhe antassen. Ich kann nicht sagen. Ich bin kein so. Ich bin ein super, das He respites. Warte mal. ist ich habe es bald das geht sogar ich habe nur keine passenden schufe kann leider halt auch die flüge nicht färben das geht auch nur die flüge nicht färben das geht auch nicht färben das geht auch nicht färben das geht auch nicht färben Jetzt bin ich glücklich. Mit 2000 könnte ich mir schwarze Schuhe holen. Ich muss mit dir sprechen. Kleidung. Kann ich die nicht anprobieren? Ich kann die nicht anprobieren. Rambo. Rambo. Morgen. Es ist Abend. Es ist Abend. Ja, morgen. Es ist Abend. Na. Doch. Du musst doch ran. Okay. Da. 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 Da.